Kurz vor dem Absprung ist mein Körper voller Adrenalin, das Herz rast, die Knie zittern. Ich bin schon tausende Male vom Turm gesprungen, aber immer bin ich noch ein bisschen aufgeregt. Dann versuche ich alles auszublenden, um mich voll auf den Sprung zu konzentrieren. 1,6 Sekunden, um alles zu zeigen, was ich wochenlang trainiert habe. Bauch fest, Ellenbogen lang beim Eintauchen, stelle mich hin und spring ab. Angst sollte man nicht haben, aber der Respekt geht irgendwie nie verloren.